Wir leben nicht in einer Demokratie, dem Wort entsprechend. Also Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Wir leben unter der Herrschaft der Banken und der Finanzindustrie. Der Rechtsstaat ist nichts anderes als reines Blendwerk. Es ist auch völlig egal, wer irgendwie zum Beispiel an der Regierung ist. Die Gesichter, die sind austauschbar. Die Federal Reserve in Amerika, die Zentralbank der USA, hat unendlich viel mehr Macht als die Regierung. Weil die legen fest, wer welches Geld bekommt zu welchen Bedingungen. Und das ist das Entscheidende. Aber es ist einfach so, dass das System, unter dem wir leben, so haarsträubend undemokratisch ist, dass man es auf jeden Fall durch ein anderes irgendwann ersetzen muss. Das große Problem ist eben, um ein Geldsystem durch ein anderes zu ersetzen, muss man die Mehrheit der Menschen erstmal davon überzeugen, dass das gegenwärtige System ihnen schadet. Herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV im Gespräch. Kurz in eigener Sache. Als alternatives Medium mit dem Titel Neuigkeiten aus Wirtschaft, Politik und Soziales sind wir natürlich immer bestrebt, auch alternativen Meinungen eine Plattform zu bieten. Wenn Sie jemanden kennen oder wenn Sie selbst meinen, alternative, wichtige Informationen teilen zu wollen, können Sie sich gern bei uns über Eingeschenkt TV bewerben. Mein Name ist Alex Quint. Ich selbst unterstütze dieses alternative Medium als Finanzdienstleister aus Dresden in privater Sache, mit privater Überzeugung. Ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gesprächspartner, der uns eingeladen hat nach Berlin. Der eine oder andere wird ihn kennen, den Schriftsteller Ernst Wolf. Schönen lieben Dank, lieber Ernst, dass wir die Gelegenheit haben, dich heute zu interviewen. Gerne. Du bist, du hattest studiert Philosophie. Richtig. Ja, und Geschichte. Ja. Du bist Journalist und bekannt durch deine Bücher mit der Weltmacht IWF. Ja. Und auch, wie der Finanztsunami uns alle bedroht. Richtig. Das sind natürlich schon mal harte Worte für den einen oder anderen. Eingangs allerdings würde ich dich gerne fragen, wie du zu diesem Themenbereich gekommen bist, den du da bearbeitest. Ob es da ein Schlüsselerlebnis gab, was dich im Prinzip, ja wie soll ich sagen, aus dem Mainstream-Denker herausgerissen hat oder ob das ein schleichender Prozess war. Ja, so ein Schlüsselerlebnis hat es tatsächlich gegeben. Und zwar relativ früh in meinem Leben. Also ich bin nach dem Abitur in die USA gegangen und habe da an einem Elite-College studiert und drei Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben und bin daraufhin aus den USA ausgewiesen worden. Und ich habe mich damals natürlich gefragt, wie kann es sein, dass einem jungen Menschen da das Studium verwehrt wird, nur weil er sich empört darüber, dass Menschen irgendwo in der Welt abgeschlachtet werden. und habe mich dann mit den Hintergründen befasst und bin schnell darauf gekommen, dass es politische Zusammenhänge gibt und dass die politischen Zusammenhänge mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun haben. Und Wirtschaft bedeutet ja seit den 70er Jahren vor allem Finanzwirtschaft. Und deswegen habe ich diese ganze Entwicklung der Finanzwirtschaft kritisch begleitet in den ganzen letzten Jahrzehnten, also seit Anfang 20 ungefähr. Ich musste allerdings zwischendurch natürlich in normalen Berufen arbeiten, weil man als alternative Stimme natürlich nicht genug Geld verdient, um sich finanzieren zu können. Habe das auch gemacht. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich mir den Raum freigeschaufelt, habe diese Bücher geschrieben und gebe jetzt Vorträge und versuche meinen Teil dazu beizutragen, mehr Leute zur Kritik an diesem System zu befähigen. Wie fühlt sich eigentlich ein Journalist, der mit seiner alternativen, fundierten Meinung gegen die Meinung im Mainstream, ja, wie soll ich sagen, einer gegen tausend, wie fühlt man sich da? Na, es ist schwierig, das muss ich schon sagen. Also es ist nicht so ganz so einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Man wird ja von vielen Medien vollständig ignoriert. Man hat auch starken Gegenwind teilweise. Es gibt hämische Stimmen, es gibt verleumderische Stimmen und so weiter, aber da muss man einfach ein bisschen Rückgrat zeigen und die ganze Sache dann durchziehen. Und außerdem ist es so, dass im Moment spüre ich, also in den letzten Jahren spüre ich, dass es eine wachsende Opposition gegen diese völlig überbordende Finanzwelt gibt, dass es immer mehr Leute gibt, die aufgrund der Entwicklung der Realität dem System kritischer gegenüberstehen und dass die auch nach Hilfe suchen, um dieses System zu verstehen. Und diese Hilfe biete ich den Leuten an. Ich habe ja auch schon einige Vorträge von dir, zwar nicht persönlich, aber medial verfolgt und bin begeistert über deine fundierte Art, die Dinge zu benennen. Es macht auf mich aber den Eindruck, dass du auf einer fundierten Basis nicht angreifbar bist. Na, ich glaube nicht. Also ich habe ja auch dieses Buch zum Beispiel über den IWF geschrieben und habe für dieses Buch zunächst keinen Verlag gefunden, weil fast alle Verlage gesagt haben, nein, an das Thema wollen wir nicht ran. Und dann habe ich auch erfahren von einigen Verlagen, warum das so ist, weil die hatten Angst, dass sie anschließend mit Klagen überzogen werden. Dann habe ich dann doch einen Verlag gefunden, der den Mut aufgebracht hat, das Buch zu veröffentlichen. Und es hat bis heute keine einzige Klage gegeben, weil nicht eine einzige Zahl da drin und nicht eine einzige Äußerung da drin wirklich angreifbar ist, weil das alles einfach der Realität entspricht. Ich habe mich auch nicht bei irgendwelchen dubiosen Quellen da bedient, sondern ich habe alle Informationen, die in meinen Büchern drinstecken, sind frei zugänglich. Es geht eben nur darum, bestimmte kausale Zusammenhänge den Leuten zu erklären. Und das habe ich gemacht und die sind offensichtlich nicht angreifbar. Interessant. Das heißt, sobald man etwas fundiert belegt, ist man für den Mainstream schon mal verdächtig? Das glaube ich ganz bestimmt. Ich meine, ich frage mich ja, warum die mich niemals zu... Ich meine, ich frage mich, warum das Fernsehen mich nicht mehr einlädt, also die normalen Sender oder die öffentlich-rechtlichen Sender. Ich hatte mal eine Anfrage von der Redaktion von Maybrit Illner nach meinem Buch, aber es ist nichts weitergekommen. Ich denke, die möchten solche Stimmen da einfach nicht hörbar machen für das große Publikum, weil sonst vielleicht irgendeine kleine Lawine da in Gang gesetzt werden könnte und noch mehr Leute kritisch gegenüber diesem System sich äußern können. Gibt es da eine gesellschaftliche oder eine persönliche Motivation, die dich veranlasst, an diesen Dingen festzuhalten und die nach außen zu tragen? Ja, klar. Also ich meine, ich sehe ja, was passiert und die Welt befindet sich in einem wirklich sehr, sehr desolaten Zustand und die Entwicklung, die wir zurzeit durchmachen, ist nicht zum Besseren, sondern führt zum Schlechteren. Und ich selber, ich habe Kinder, ich habe Enkel und ich mache mir Sorgen um deren Zukunft und deswegen benenne ich eben die Dinge, auf die man achten soll und gegen die man vorgehen sollte. Und da sehe ich im Moment, dass die größte Gefahr für die Menschheit besteht in dem völlig außer Kontrolle geratenen Finanzsystem, was ja uns jeden Einzelnen von uns jeden Tag immer berührt, was eben aber die meisten Leute nicht wissen. Der Finanz-Tsunami. Ja. Etwas, was droht über uns hineinzubrechen und viel Leid und Zerstörung möglicherweise mit sich bringt. Das impliziert ja dieses Bild eines Tsunami. Wie bzw. wann wird er über uns reinbrechen? Also wir stecken mittendrin im Finanz-Tsunami. Wir haben, also ein Tsunami ist ja nichts anderes als dass Erdplatten sich gegeneinander verschieben, dann plötzlich übereinander springen, dass sich der Meeresspiegel hebt, dass eine große Welle in Gang gesetzt wird, die irgendwann dann an Land schlägt und da große Verwüstung anrichtet. Und der Kern dieses Tsunamis besteht darin, dass die Prozesse, die den Tsunami auslösen, sehr lang dauern und dass dieses Übereinanderschnappen der Platten und die Katastrophe, die das auslöst, dass das zeitlich nacheinander verläuft und dass da auch ein größerer Zeitraum dazwischen verläuft. Und wir haben dieses Auseinanderbrechen der Platten oder das Übereinanderschieben der Platten schon zweimal erlebt jetzt. Wir haben es 1998 erlebt, als das Finanzsystem beinahe zusammengebrochen wäre und wir haben es 2007, 2008 erlebt. Und wir sind im Moment davor vor dem dritten Übereinanderschieben dieser Platten und dieser dritte Finanztsunami wird noch verheerender sein als die beiden bisherigen. Also beim ersten Finanztsunami ist das Finanzsystem gerettet worden, weil einige Banken in den USA sich zusammengetan haben, einige Großbanken und insgesamt 4 Milliarden ungefähr investiert haben, 4 Milliarden Dollar, um das System zu retten. Beim zweiten Mal 2007, 2008 war der Schaden viel größer. Da konnten die Banken mit ihrer großen, großen Geldmacht trotzdem nicht gegen an. Deswegen mussten die Staaten einspringen und die Staaten haben dann die Steuergelder genommen und haben neues Geld über die Zentralbanken schaffen lassen, um diesen Tsunami nochmal zu besänftigen. Aber beim dritten Mal ist dann die große Frage, wer hat dann genug Geld und was wird dann passieren? Also ich nehme an, wenn der dritte Schub kommt, dann wird dieses System endgültig zusammenbrechen. Ja, 2008 war ja auch mein Erweckungserlebnis. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum müssen eigentlich Staaten Banken retten? Vielleicht hast du eine kurze eigene Antwort auf diese Frage. Ja, weil die Banken und die Staaten sind ja gemeinsam gewachsen und die Staaten, die Banken sind ja die wirkliche Macht in unserer Zeit und in den letzten zwei, dreihundert Jahren immer gewesen. Also alles, was passiert ist, auch wie die Staaten aufgebaut wurden, die ganze Infrastruktur und so weiter, das war alles, hat sich immer darum gedreht, was die Banken eigentlich wollten. Weil die Banken haben das Monopol auf die Geldschöpfung und das ist das alles Entscheidende. Das ist der Kern dieses Systems. Die haben das Monopol auf die Geldschöpfung und die sorgen dafür, dass alles, was der Staat tut, ihnen selbst nützt. Die haben dafür die Zentralbanken geschaffen. Also die Zentralbanken sind nicht, was die meisten Leute denken, Kontrollorgane, die die Banken in die Schranken weisen sollen, sondern die Zentralbanken sind nichts anderes als die Speerspitze des Bankensystems. Und die arbeiten natürlich unter staatlicher Kontrolle teilweise, aber es ist nicht so, dass die Staaten die Zentralbanken kontrollieren, sondern es ist so, dass die Zentralbanken vorgeben, was die Staaten zu tun haben. Spricht der Bände über unsere Demokratie? Ja, also wir leben nicht in einer Demokratie, dem Wort entsprechend. Also Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Wir leben unter der Herrschaft der Banken und der Finanzindustrie. Die ist demokratisch verbrämt. Also es gibt ein paar demokratische Rechte, die sich die Leute in der Vergangenheit erkämpft haben, die aber in den letzten Jahren und auch teilweise in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgebaut wurden. Meine zweite Frage war, woher kam denn eigentlich dieses Geld für die Bankenrettung? Ich meine, die Staaten haben doch Schulden. Ja, ja, das ist also genommen worden aus Steuergeldern. Das heißt also, die Krise ist abgewälzt worden eigentlich auf die arbeitenden Menschen. Also deren Steuern sind genommen worden. Wenn man sich heute die Steuerverteilung in der Welt ansieht, dann stellt man ja schnell fest, dass die ganz großen Konzerne so gut wie keine Steuern zahlen, dass die Hauptsteuerlast auf dem Mittelstand liegt oder auf den einfachen Beschäftigten und die sind dann zur Kasse gebeten worden. Da die Gelder aber auch noch nicht ausgereicht haben, sind einfach neue Gelder gedruckt worden. Diese neuen Gelder, die geschaffen wurden, sind aber nicht der Bevölkerung zugute gekommen, sondern die sind wiederum den Banken, den Großinvestoren, also auch den Hedgefonds zugeschustert worden und die haben damit weiter spekuliert, sodass wir heute im größten Finanzcasino aller Zeiten leben. Okay. Und du sagst, der kommende Finanztsunami wird größer. Warum wird er größer? Deswegen, weil es um größere Summen geht, weil seit 2007, 2008 sind ungeheure Summen an Geld ins System hineingepumpt worden. Also nur mal ein Zahlenbeispiel, die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, hat ihre Bilanz von, ich glaube, 800 Milliarden im Jahre 2007 auf 4,5 Billionen im Jahr 2017 oder 2018, glaube ich, erweitert. Also da ist ungeheuer viel Geld ins System gepumpt worden und das ist zu immer niedrigeren Zinsen vergeben worden. Also die Zentralbanken haben ihre Zinsen in den letzten Jahren seit dieser Krise 2007, 2008 mehr als 700 Mal gesenkt. Das heißt, das Geld ist relativ billig und deswegen ist sehr viel Geld geliehen worden. Also heute wird ungeheuer viel mit geliehenem Geld spekuliert und das hat natürlich eine riesige Spekulationsblase erzeugt, die man an den Anleihenmärkten sieht, an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten und diese Blase droht zu platzen. Die Zinssenkungen sollten ja, glaube ich, nur eine Pleitewelle verhindern. Es wurde den Leuten immer gesagt, wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln, weil die Wirtschaft natürlich am Boden gelegen hat, aber die Wirtschaft ist dadurch nicht angekurbelt worden. Wenn man sich heute ansieht, in der Realwirtschaft ist seit 2007, 2008 nicht allzu viel passiert. Sehr viel allerdings ist passiert im Bereich der Finanzspekulation. Also das Casino ist weiter angeheizt worden. Es sind Derivate gekauft worden, in ungeheurer Zahl. Der Derivatemarkt ist heute der größte Markt. Der zweitgrößte Markt der Welt ist der Währungsmarkt. Also das hat alles mit der produzierenden Wirtschaft nichts zu tun. Es wurde den Leuten aber gesagt, wir müssen die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Das ist einfach nicht wahr gewesen. Also im Prinzip, das Wachstum hat nur stattgefunden in der Bewertung dieser sogenannten Vermögensklassen, nicht in der Realwirtschaft. Ganz genau. Und das ist auch das große Problem heute, dass wir eine Realwirtschaft haben, die mehr oder weniger stagniert, aber einen Finanzsektor, der immer weiter aufgebläht wird. Das heißt, die Menge an Geld, der Menge an Geld in der Welt heute entspricht nicht eine Menge an realen Werten, sondern da gibt es ein ganz großes Ungleichgewicht. Und wenn man eins aus der Geschichte gelernt hat oder lernen kann, dann, dass dieses Ungleichgewicht irgendwann wieder ins Gleichgewicht kommen wird, und zwar dadurch, dass die Blasen platzen. also das sind sozusagen diese Spannungen, diese tektonischen Platten, die auch der Dirk Müller sehr gut beschreibt. Wann erwartest du, dass es bricht? Das ist die große Frage, das kann niemand sagen, weil es gibt auch eine ganz klare Antwort darauf, man kann nicht wissen, wie weit dieses System noch manipuliert wird. Und zwar, wenn man in die Zeit so zurückblickt, 2000 oder sagen wir 1998 wurde das System gerettet, indem die Großbanken eingesprungen sind. 2008 wurde es gerettet, indem die Leute zur Verantwortung, indem es auf die arbeitende Bevölkerung abgewälzt wurde. Dann wurden riesige Summen an Geld erzeugt. Inzwischen ist es so, dass die Federal Reserve selber nicht mehr offensichtlich die finanzielle Power hat, den amerikanischen Finanzmarkt stabil zu halten. Da werden dann schwarze Kassen bedient. Da gibt es den Stabilization Exchange Stabilization Fund, da gibt es das Plunge Protection Team. Das sind alles riesige schwarze Kassen, die über die Regierung laufen und die dann aktiviert werden, um die Finanzmärkte zu stützen. Und man sieht ja auch, dass die EZB in Europa eine Politik betreibt, die relativ undurchsichtig ist. Man weiß ja gar nicht, welche Gelder da genau wohin fließen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass in der Vergangenheit Staatsanleihen gekauft wurden, und zwar in riesiger Menge. Eigentlich ist es der EZB ja verboten, Staatsanleihen zu kaufen, aber da wird Staatsfinanzierung betrieben und völlig offen und auf diese Art und Weise werden Staaten am Leben erhalten, die überhaupt nicht mehr lebensfähig sind. Das Gleiche gilt aber auch für Unternehmen. Es werden Unternehmensanleihen gekauft, um Unternehmen zu stabilisieren, die auch aus eigener Kraft nicht mehr weiterleben können. Es werden auch Aktien gekauft von den Zentralbanken, es werden sogar Verbriefungen, also die schlimmsten Papiere, die es im Finanzmarkt gibt, die werden auch gekauft. Also der Manipulation sind da keine Grenzen gesetzt und man weiß nicht, was die sich in der nächsten Zeit noch einfallen lassen werden, um das System noch weiter zu stabilisieren. Ja, das sehe ich auch so. Bankenrettung an sich war schon illegal, aus Sicht der Bürger zumindest. Dann die sogenannte Griechenland-Rettung, die ja keine war, war ja auch im krassen Widerspruch zu Maastricht der Verträgen. Es wurde ja auch dagegen geklagt, weil die Klagen wurden entweder nicht angenommen oder abgeschmettert. Die Banken dürfen offiziell keine Staatsanleihen kaufen, die sagen, wir kaufen aber die Staatsanleihen nicht von Staaten, sondern von Banken als Zwischenhändler. Ist eine Verhöhung, ich musste damals lachen, weil die weinen müssen eigentlich. Was ist denn mit unserem Rechtsstaat los? Der Rechtsstaat ist nichts anderes als reines Blendwerk. Wir leben, wie gesagt, unter der Diktatur der Finanzindustrie. Die Wirtschaft gibt vor und die Wirtschaft heute, das ist einzig und allein noch die Finanzwirtschaft. Und die Finanzwirtschaft ist so groß, die kann so gut wie alles bestimmen. Also Gesetze werden einfach außer Kraft gesetzt. Man braucht heute nicht mehr, um irgendwelche demokratischen Prinzipien zu kämpfen oder so. Die werden einfach so zurechtgebogen, dass es der Finanzindustrie passt. Und Finanzindustrie, die wichtigsten Akteure in der Finanzindustrie, im Moment sind eben gerade die Zentralbanken. Die sind seit 2007, 2088 die wichtigsten Player auf dem internationalen Markt, zusammen mit den Hedgefonds und natürlich mit den Großbanken. Wobei da gibt es auch eine große Fehlkonzeption. Viele Leute denken, dass die Hedgefonds jetzt die große Konkurrenz zu den Banken sind. Die Hedgefonds sind nichts anderes als eine Ergänzung der Banken. Die haben die Möglichkeiten der Banken erweitert, weil Hedgefonds dürfen Dinge machen, die Banken nicht machen dürften. Und seitdem es Hedgefonds gibt, haben alle Banken ihre eigenen Hedgefonds und die Hedgefonds wiederum sind beteiligt an den Banken. Also das ist ein einziger großer Parasit, der den Rest der Gesellschaft aussaugt. Jetzt ist es ja für viele Leute noch kaum greifbar, dass sowas funktioniert. Aber wir sehen ja, dass es stattfindet. Der große Aufschrei der Medien, der große Aufschrei von Richtern, von Verfassungsschützern oder wie auch immer, ist ausgeblieben. Ich erkenne da ja auch im Prinzip die Wirkungen eines heute sagt man dazu Deep State tiefen Staates mit Leuten, die irgendwo sitzen und aber nicht im öffentlichen Interesse arbeiten oder im Interesse einer Institution, wie auch immer, sondern offensichtlich anderen Interessen folgen, also Medien, Politik und so weiter. Siehst du das ähnlich oder wie nimmst du diesen tiefen Start wahr? Na ja klar, man muss also bei den ganzen großen Unternehmungen muss man einfach nur gucken, wem gehören die und dann weiß man, dass es alles nur einer ultrareichen Minderheit gehört und die hat natürlich ihre eigenen Interessen und diese ultrareiche Minderheit, dafür gesorgt, die ganzen staatlichen Institutionen, Behörden und so weiter immer schön in ihrem Interesse arbeiten und das tut dieser tiefe Staat und es ist auch völlig egal, wer irgendwie zum Beispiel an der Regierung ist, die Gesichter, die sind austauschbar, es wird immer darüber gesprochen, dass in Amerika Trump so eine besonders außergewöhnliche Erscheinung ist, ich meine, der Mann ist korrupt bis ins Knochenmarkt, aber das interessiert eigentlich gar nicht, der Mann ist nur eine Gallionsfigur, wirkliche Politik in Amerika wird nicht von dieser einen Person gemacht, sondern die Zeit der Finanzinstitutionen gemacht, also die Federal Reserve in Amerika, die Zentralbank der USA hat unendlich viel mehr Macht als die Regierung, weil die legen fest, wer welches Geld bekommt zu welchen Bedingungen und das ist das Entscheidende. Richtig. Die Aufgabe der Regierung ist mehr oder weniger die Leute davon abzulenken und die Scheinkämpfe zu inszenieren, damit das Bankensystem so funktionieren kann, wie es funktioniert. Das sehen wir bei uns auch, da muss man gar nicht Trump bemühen, da kann man auch Herrn Olaf Scholz hier von der SPD bemühen, der auch permanent über irgendwelche Dinge redet, aber die wirklichen Gefahren, unter denen wir im Moment leben, niemals benennt. Nehmen wir mal das Beispiel Deutsche Bank zum Beispiel. Die Deutsche Bank führt ja Fusionsgespräche zur Zeit mit der Commerzbank. Da tritt Herr Scholz vor die Kameras und sagt, wir müssen das Deutsche Bankensystem stärken, wir brauchen einen Champion im Deutschen Bankgewerbe. Das ist ein solcher haarsträubender Unsinn. Die Deutsche Bank ist so gut wie pleite, die Deutsche Bank muss demnächst irgendwann mal gerettet werden und diese Rettung wird vermutlich jetzt gerade durch diese Fusion vorbereitet, weil die Commerzbank gehört zu 15% dem Staat und auf diese Art und Weise wird durch die Hintertür die staatliche Finanzierung des nächsten Zusammenbruchs vorbereitet. Die Commerzbank gehört ja 15% vom Staat, weil sie schon mal gerettet werden musste. Ganz genau. Und das, obwohl die Commerzbank zuvor mit der Dresdner Bank fusionierte und im Prinzip diese Fusion nicht dazu beigetragen hat, dass die Commerzbank anschließend also in der Kombination mit Dresdner Bank stärker war. Jetzt höre ich natürlich diese Stimmen noch unmittelbar nach der Finanzkrise. Wir müssen diesen Finanzmarkt regulieren, wir müssen das verhindern, wir müssen möglicherweise die Spekulation begrenzen, wir müssen das Bankensystem insoweit zerkleinern oder diversifizieren, dass nicht eine Bank entsteht, die too big to fail ist, weil es darf nie wieder mit Steuergeldern usw. Leiden die alle an einem Kurzzeitgedächtnis, die diesen Quatsch heute glauben? Offensichtlich, offensichtlich, weil genau das Gegenteil ist passiert, die Banken sind heute größer denn je, es sind mehr Schulden aufgenommen worden, das Derivatesystem ist völlig außer Kontrolle, also die Gefahren im Bankensystem sind heute wesentlich größer und und zwar auch deswegen, weil die Politiker nicht ein einziges Versprechen, was sie damals gegeben haben, eingehalten haben. Diese Stimmen, dass wir vor einer Rezession stehen, die mehren sich ja. Selbst Lagarde vom IWF warnt vor gestiegenen Risiken in dem Finanzsystem, mahnt die Banken mehr Eigenkapital aufzubauen, selbst Mario Draghi spricht von steigenden Risiken, die sind aber Teil des Systems, die haben uns doch dahin gelenkt, wo wir sind. Ja, natürlich, aber die sind jetzt in Unruhe im Moment, weil die genau wissen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie es nach außen immer verkauft haben. Also uns allen wird ja immer weiß gemacht, die Politik und die Wirtschaft, die haben alles im Griff, es wird keine Krise wie 2007, 2008 mehr geben, es wird alles ganz, ganz normal und ungestört sich weiter entwickeln, das ist absolut nicht wahr. Wir müssen mit allergrößten Turbulenzen rechnen in der vor uns liegenden Periode. Wir müssen aber auch mit politischen Turbulenzen rechnen. Wenn man sich mal zum Beispiel den Zustand der EU anguckt, das ist eine reine Katastrophe. Ich meine, der Brexit jetzt ist nur eins der Erscheinungsbilder dieses desolaten Zustands der EU. Innerhalb der EU sind so viele Krisenherde. Wir haben das italienische Bankensystem, was nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben in Frankreich die Geldwesten- Proteste. Wir haben in Spanien die katalonischen Bestrebungen, sich selbstständig zu machen. Das brodelt und grummelt da an allen Ecken und Enden. Die EU ist im Moment in einem verzweifelten Überlebenskampf. Aber das wird den Leuten einfach nicht gesagt. Stattdessen wird zum Beispiel im Fall des Brexit eine Abstimmung nach der anderen angesetzt, bis ein Ergebnis zustande kommt, was den derzeit Regierenden gefällt. Das große Problem ist, dass dem britischen Volk das nicht gefällt. Das britische Volk hat mit 17 Millionen Stimmen für den Brexit gestimmt. Und wenn dieser Brexit jetzt nicht erfolgt, wird es in Großbritannien vermutlich zu einem Volksaufstand kommen. Da wird es wahrscheinlich ziemlich heiß hergehen. Und das kann sich ganz schnell übertragen auf andere Länder, weil die Leute haben von der EU im Moment wirklich die Nase voll. Weil die EU ist nicht das, was sie ihnen verkauft wurde. Erkennst du da auch so eine Art Ermüdungsstrategie? Also ich sage jetzt mal die Gelbwesten in Frankreich. Seit 18 Wochen sind die jetzt auf der Straße. Das ist ja nicht wegen der Benzinpreiserhöhung oder sowas, sondern die haben ja ich glaube einen 15 Punkte Plan. Mit Forderungen, die die da aufstellen. Das ist übrigens für jeden Zuschauer interessant, den mal zu googeln, weil den könnten wir genauso unterschreiben. Aber natürlich habe ich den Eindruck, dass das so langsam sich schwächt, dass die sich erschöpfen in ihrem Protest. Wie ist es in England? Erschöpft sich das auch durch dieses ständige Verschieben? Oder baut sich da vielleicht eine andere Meinung inzwischen auf? Es gibt eine Ermüdungserscheinung, das ist ganz klar, wenn Proteste keinen direkten Erfolg bringen, dann verlaufen die irgendwann mal im Sande. Aber die Wut der Leute, die bleibt ja. Und die sozialen Verhältnisse, die zu den Protesten geführt haben, die sind ja nicht aus der Welt. Sondern die weitere zuständige, die weiter verlaufende Entdemokratisierung des Staates und die Gängelung der einfachen Menschen, die wird in der vor uns liegenden Periode auch weiter zunehmen. Und deswegen wird die Wut irgendwann wieder aufbrechen. Also man kann das über eine gewisse Zeit besänftigen. Vor allem, man muss ja auch bedenken, in Frankreich, das ist ja nicht normal besänftigt worden, sondern die sind ja wirklich mit Polizei und Militär gegen die Leute vorgegangen. Also das sind ja bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich gewesen. Wir haben seit 1968 so etwas in ganz Europa nicht erlebt, jedenfalls in Westeuropa nicht, wenn ich mal von Jugoslawien mal absehe. Und im Mainstream kriegen wir nur einen Bruchteil davon mit. Das wird ja heute überhaupt nicht mehr berichtet. Also die wirklich wichtigen Dinge, die tauchen in den öffentlich-rechtlichen Medien ja gar nicht mehr auf. Es weiß ja kaum jemand in Deutschland, was in Frankreich, was ja nur ein paar Kilometer entfernt ist, was da tatsächlich auf den Straßen alles abgeht. Aber das zeigt, in welchem Zustand die EU im Moment sich befindet. Und wie gesagt, der Brexit ist nur eine von vielen Problemzonen. Es gibt eine ganze Menge Problemzonen und wenn die sich mal alle miteinander fusionieren, dann wird die EU auseinanderfliegen. Ernst, jetzt lenken ja die Eliten über die Banken, über die Politik, über ihre Männer in den Medien, tiefen außer Kontrolle zu geraten. Oder gibt es da eine gewisse Agenda, einen Plan dahinter, wie jetzt weiter zu verfahren ist? Oder haben die bloß noch Angst, dass ihnen die Kontrolle entgleitet und wie sie sich selber quasi in Sicherheit bringen, um nach einem möglichen Umbruch gestärkt oder nach wie vor stark dazustehen? Wie schätzt du das ein? Ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich denke, in der Politik gibt es keinen großen Plan. Man hat ja in der Krise von 2007, 2008 gesehen, dass die Politik relativ planlos in dieses ganze Chaos hineingetappt ist. Die Regierungen sowohl in den USA als auch hier in Deutschland zum Beispiel haben damals beschlossen, die Banken nicht zu retten. Angela Merkel hat ja auch gesagt, sie würde die Banken in Deutschland nicht retten wollen. Dann ist aber Herr Ackermann von der Deutschen Bank mal in Berlin vorbeigeflogen und hat ihr kurz mal klargemacht, was das denn bedeuten würde und sofort ist dann die Bankenrettung in Deutschland eingeleitet worden. Das gleiche ist in den USA passiert. Also die Politik scheint offensichtlich überhaupt keinen Plan zu haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die ganzen Großbanken und die ganzen Hedgefonds und so, dass die die ganze Situation im Moment wirklich gut durchschauen und dass die sich relativ kalt auf einen Zusammenbruch vorbereiten oder versuchen auf ihre Art und Weise diesen Zusammenbruch zu ihren eigenen Gunsten zu nutzen. Da gibt es bestimmte Bestrebungen. Es gibt ja auch bei einigen Regierungen Bestrebungen. Es gibt ja zur Zeit dieses große Bemühen seitens der Chinesen und seitens der Russen sich aus dem Dollarsystem einigermaßen zu lösen. Und zu diesem Zweck haben die Chinesen und die Russen ja sehr viel Gold gekauft. Also ich denke das ist auch zum Beispiel eine Vorbereitung auf die Zukunft. Also da wissen Leute dass dieses System nicht auf Dauer halten wird und halten sich dann mehr an reale Werte wie eben Gold um möglicherweise irgendwann den Goldstandard wieder einzuführen. Es kann ja gut sein, dass irgendwann der Yuan und der Rubel dann wieder an Gold gebunden werden. Was natürlich dem Dollar den Todesstoß versetzen würde. Gut, und jetzt ist das ja mit den neuen Basel 3 Richtlinien auch eine Entwicklung quasi die nicht nur in den BRICS Staaten um sich greift. Also das versucht wird quasi Gold als mögliche neue Währungsreserve verstärkt zu kaufen und anzuschaffen und mit der neuen Basel 3 Richtlinie wurde ja Gold quasi als sicheres Investment für Rücklagen klassifiziert. Ich glaube mit dem heutigen Tag tritt es auch in Kraft. Es ist auch zu beobachten, dass schon die letzten drei oder vier Jahre auch westliche Zentralbanken angefangen haben, Gold anzuschaffen. Würde ja ins Bild passen. Warum geht denn der Goldpreis noch nicht durch die Decke? Weil er manipuliert wird von den Großbanken. Also ich denke dass da einige Großbanken wie Goldman Sachs und JP Morgan eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil die sich das gegenseitig immer zuschustern. Da wird ganz viel Gold dann über Nacht, meistens Freitagnacht auf den Markt geworfen, dann von einer anderen Großbank aufgekauft. Außerdem die Regierungen spielen auch mit. Wichtig ist für die Zentralbank, die wichtigste Zentralbank der Welt, nämlich die Federal Reserve, dass der Goldpreis einigermaßen gedrückt wird, weil je höher, je mehr das Gold an Wert gewinnt, umso weniger Wert ist der Dollar dann im Verhältnis zu Gold, weil Gold ja in Dollar gemessen wird. Und deswegen muss das verhindert werden. Es kann natürlich in der Zukunft irgendwann dazu kommen, dass die Zentralbank der USA sagt, wir setzen einen neuen Goldpreis fest oder dass sie den Goldpreis einigermaßen steigen lassen, um auf diese Art und Weise den Dollar dann abzuwerten. Das wird aber die amerikanische Wirtschaft dann auch wieder neue Schwierigkeiten bringen, weil man mit dem Dollar weniger kaufen wird können. Also das ist alles eine ganz vertragte Situation, aber es wissen eigentlich alle Beteiligten, dass Gold eigentlich die wichtigste Werterhaltung, also das Kaufen von Gold die wichtigste Werterhaltungsmaßnahme innerhalb Wenn Leute glauben, dass sie sich mit Gold vor allen Unbillen der Zukunft schützen können, dann müssen sie auch ein bisschen vorsichtig sein und mal auf die Geschichte gucken, also in den USA ist der Goldbesitz in den 30er Jahren mal verboten worden. Und ich denke, dass da bestimmt auch drüber nachgedacht wird, dass vielleicht irgendwann in Zukunft nicht nur in einem Land, sondern in mehreren Ländern der Goldbesitz verboten werden könnte. Also da sollte man diese Möglichkeit zumindest mit in Betracht ziehen. Ja gut, viele Leute sagen, ich muss es physisch besitzen. Ich hatte mal interessant was gelesen über den Versailler Vertrag, wo Gold, das in Schließfächern bei Banken gelagert war, nur im Beisein eines Offiziers der Besatzungsmacht, eines Steuerbeamten und des Bankdirektors geöffnet werden konnte. Wenn Gold drin war, hat erst mal der Offizier der Besatzungsmacht zugegriffen. Wenn andere Werte drin waren, die der Finanzbeamte sozusagen für unplausibel und nicht erklärt hielt, war das auch noch weg. Insofern bleibt ja nur so was gegebenenfalls anonym zu kaufen. Bleibt dem Einzelnen überlassen, sich da auf diese Art und Weise zu schützen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, welche große Rolle Gold immer spielt. Auch in der jüngeren Vergangenheit. Gaddafi zum Beispiel hat einen großen Gold Vorrat gehabt, der war hauptsächlich bei der Bank of England gelagert. Der ist ja zwangskonfisziert worden. Kein Mensch weiß genau, wo der hingewandert ist. Vermutlich in irgendwelche britischen oder amerikanischen Tresore. Das Gleiche ist in der Ukraine passiert. Da ist der ganze Gold Vorrat der Ukraine über Nacht ausgeflogen worden, nachdem Herr Janukowitsch abgesetzt wurde. In Sicherheit gebracht wurde. Ganz genau in Sicherheit gebracht. Und es gibt ja diese Gerüchte, dass die Amerikaner gar nicht mehr das ganze Gold besitzen, was sie angeblich besitzen. Und es gibt ja auch Hinweise darauf, dass das möglicherweise der Wahrheit entspricht. Die deutsche Regierung hat ja kein Mensch weiß ganz genau wie das Gold in der Welt verteilt ist. Aber Gold ist eben ein werterhaltendes Produkt, weil das Schürfen von Gold heute ist fast noch genauso schwierig wie vor ein paar hundert Jahren. Und in Gold ist sehr viel menschliche Arbeit drin. Und Gold ist einfach das Edelmetall, was sich über mehrere tausend Jahre durchgesetzt hat, als das wichtigste Edelmetall. Und das Greenspan mal gesagt, Gold ist archaisch, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man sieht immer dann, wenn sich die Krise zuspitzt, wird Gold wieder zum werterhaltenen Edelmetall Nummer eins. Hat nicht Greenspan auch gesagt, Gold ist Geld und Geld ist Schuld? Das hat er auch mal gesagt. Daran sieht man, dass die ihre Meinung auch sehr schnell ändern können, die Zentralbank. Aber die wissen schon, was los ist. Aber wir wollen mal auf dieses Thema mit der Geldschöpfung rauskommen, weil das ist doch eins der wichtigsten. Aber zuvor nochmal die Frage, an welcher Stelle sich letztlich dieses Banksystem quasi über den Staat gestellt hat. Ich gebe dir mal den Ball mit 1913. Nein, vorher. Also 1913 vielleicht die USA gut mit der Gründung der Federal Reserve. Dadurch haben die Banken sich das Geldschöpfungsmonopol angeeignet, weil vorher war es so, dass Bargeld vom Staat geschöpft wurde in den USA. Aber die Finanzindustrie selber ist schon vorher sehr mächtig geworden. Also die USA haben eine relativ junge Geschichte. Wenn man sieht, das Bankensystem hat sich in den USA eigentlich erst im 19. Jahrhundert richtig herausgebildet. Und zwar im Wilden Westen. Das Interessante ist ja, dass der Nukleus oder der Kern unseres gegenwärtigen Weltfinanzsystems eigentlich im Wilden Westen liegt. Also da sind die ganzen großen Konzerne damals bei dem Marsch nach Westen aufgebaut worden. Und die haben sich einen gnadenlosen Konkurrenzkampf geliefert. Und in diesem Konkurrenzkampf sind die Banken immer stärker geworden, weil es wurde sich immer mehr Geld geliehen, um die Konkurrenten an der Wall Street ihre Heimat gefunden hat. Und die haben dann sich die Federal Reserve geschaffen. Und die Federal Reserve ist eigentlich die mächtigste Organisation in den USA seit dem Jahr 2013. Aber die Banken in Europa haben eine ältere Geschichte. Und die sind schon länger so mächtig. Also die Fuggers haben im 16. oder 17. Jahrhundert angefangen und sind damals immer größer geworden. Und die haben von Anfang an die Interessen der Banken wieder gespiegelt haben. Das ist ja auch interessant, dass die Währungen von heute mit den Nationalstaaten zusammen entstanden sind. Also vorher haben ja Banken ihr eigenes Geld drucken dürfen. Und mit den Nationalstaaten wurden dann nationale Währungen eingeführt und wurden dann auch die Zentralbanken eingeführt. Und besonders interessant ist auch, wenn man sich die Geschichte der Zentralbanken mal ansieht, dass die Zentralbanken am Anfang waren das ja relativ total korrupte Privatbanken. Auch die Gründer dieser Banken waren sehr korrupte und sehr dubiose Figuren. Aber die Banken haben sich diese Zentralbanken praktisch als eigene Speerspitze geschaffen und das sind so die obersten Interessensvertreter der Banken. Aber das ganze staatliche Gefüge, was sich seit ungefähr 250 Jahren in Europa entwickelt hat, ist im Interesse dieser Banken und des großen Geldes entstanden. Ich möchte vielleicht nochmal für den Zuhörer dieses Thema Geldschöpfung ein bisschen in den Vordergrund rücken. Es ist ja so Kraft seiner Souveränität vorausgesetzt, die wäre vorhanden innerhalb eines Staates. Ist er natürlich ein Staat in der Lage auch eigenes Geld herzustellen, quasi zu schöpfen. Er tut es aber nicht. Würde er es tun, müsste er keine Zinsen zahlen, weil er muss sich das Geld ja nicht von irgendwo leihen und er hätte Kontrolle über sein Geldsystem und wäre auch quasi nicht abhängig. Jetzt ging es ja weiter 1971. Ja, 1971 ist die Goldbindung des Dollars abgeschafft worden. Also unser gegenwärtiges Finanzsystem geht ja auf das Jahr 1944 zurück auf die Konferenz von Bretton Woods. Damals ist etwas passiert, was es vorher nicht gegeben hat. Eine Währung, nämlich der US-Dollar ist zur Leitwährung für die gesamte Welt erklärt worden. Also vorher hat es keine Leitwährung gegeben. Es hat das britische Pund gegeben, das in den ganzen Kolonien auch auch eine große Rolle gespielt hat, aber seit 1944, 1945 ist der Dollar die Leitwährung der Welt und hat dann die gesamte Welt überschwemmt und die gesamte Welt praktisch der amerikanischen Finanzwirtschaft und der amerikanischen Wirtschaft unterworfen. Und diese Gold-Dollar-Bindung ist 1971 aufgegeben worden und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil es sind immer mehr Dollars geschöpft worden und das gab ein großes Missverhältnis zwischen Dollars und Gold und einige Investoren haben das natürlich gemerkt und haben dann ihr Gold eingefordert und zumal es einen festen Wechselkurs gab zum Gold. Damals 35 Dollar pro Feinunze und diese Investoren haben ihr Gold verlangt und die amerikanische Regierung wusste damals sehr schnell und die Zentralbank die wussten sehr schnell wenn das so weitergeht dann müssen wir irgendwann erklären wir haben kein Gold mehr und um diesen Zustand nicht eintreten zu lassen hat der damalige Präsident Richard Nixon dann dafür gesorgt dass der Dollar vom Gold abgekoppelt wurde aber das ist einer der wichtigsten Akte im Finanzsystem überhaupt im letzten Jahrhundert gewesen weil dadurch ist die wichtigste Währung der Welt und damit sind alle anderen Währungen vom Gold abgekoppelt worden das heißt wir haben seitdem eigentlich nur noch mit Scheinwährungen zu tun also sogenannten Fiat-Währungen wir kommen gleich nochmal auf die Notwendigkeit die geschaffen wurde diese Fiat-Währung zu benutzen also das Petrodollar-System will ich aber kurz hinten anstellen weil du hast ja vorher gesagt möglicherweise werden wir ein neues Geldsystem finden das wieder mit Gold hinterlegt wird da müsste natürlich der Goldpreis anders festgelegt werden 1971 die Unze Gold 35 Dollar heute circa 1300 hast du mal nachgerechnet wie viel Rendite so eine Unze Gold gebracht hätte über diese Jahre also er hätte mit einigen großen Fonds gut mithalten können ja ok und das spiegelt aber noch nicht das reale Verhältnis Goldmenge zur Geldmenge ich habe gelesen das müsste deutlich höher sein hast du da eine Zahl im Hinterkopf also der Goldpreis müsste minimal bei ungefähr 5000 stehen möglicherweise bei 10 möglicherweise sogar bei 20.000 oder sogar höher es weiß ja niemand so genau auch wie viel Gold im Moment wirklich tatsächlich existiert von dem was verkauft wurde es ist ja vor einigen Jahren begonnen worden ETFs zu verkaufen also Exchange Traded Funds also und wenn man heute jetzt zu einer Großbank geht in den USA zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Land und kauft meinetwegen ein Kilo Gold dann bekommt man dieses Kilo Gold in den meisten Fällen ja nicht sondern man bekommt ein Zertifikat ihnen gehört ein Kilo Gold und das Gold das lagert die Bank dann angeblich selbst in ihren Tresoren aber es kann ja kein Mensch verhindern dass die Bank mehr Zertifikate ausgibt als sie wirklich an Gold hat und da geistern solche Zahlen im Moment durch die Welt dass ungefähr 220 mal mehr Zertifikate existieren als wirklich reales Gold wenn das tatsächlich wahr ist dann müsste der Goldpreis natürlich um etliches höher sein als heute ja ich habe bis vor einiger Zeit auch noch so eine Seite immer abgefragt die hieß auf Englisch did the system collapse .com und da wurde im Prinzip die westlichen Börsen mit ihrem Wechselkurs der dort gebildet wurde Gold zu Silber zu Dollar und die Börse in Shanghai gegenüber gestellt die dort ja quasi mit physischem Material handeln was ja im Westen nur ein wirklich kleiner Prozenteil ist komischerweise funktioniert die Seite seit einiger Zeit nicht also es ist schon sehr suspekt aber lange Rede kurzer Sinn die Re-Monetarisierung wenn sie wirklich in der Golddeckung stattfinden sollte müsste zu einem erheblichen Kaufkraft Gewinn gegenüber heute in dem Edelmetall führen ähnliches gilt wahrscheinlich für die anderen Edelmetalle genauso denkst du dass die Eliten sich auch in der Richtung Sicherheit bringen ganz sicher also Gold wird da ganz sicher gehortet ich meine man sieht ja auch wenn irgendwelche Diktatoren gestürzt werden dann wird in deren Privathäusern immer werden riesige Goldvorräte gefunden und die Goldvorräte von wirklich reichen Leuten die werden in der Welt auch irgendwo an Orten gehalten wo keiner weiß dass sie sind also das ist eine ganz sichere Rückversicherung von vielen reichen Leuten oder wie im Fall Venezuela da wird halt einfach mal der Zugriff verhindert in dem eingefroren wird und ich sage es mal wenn dann der gewünschte fremdbestimmte von außen reingesetzte Marionettenpräsident dort installiert wird und die Tore öffnet für die Investoren dann wird er wahrscheinlich wieder freigegeben ansonsten ist er wahrscheinlich verloren gut das ist das Thema Gold die Frage ist der Markus Krall hat es ja auch geschrieben mit seinem Buch über die schwarzen Schwäne wenn die schwarzen Schwäne Junge kriegen im Prinzip Derivat heißt ja auch bloß abgeleitet also irgendeine Entwicklung findet statt und die wiederholt sich dann in den Derivaten insofern ist alles miteinander verzahnt so ähnlich wie Domino Day wenn einer fällt kann es sein dass alle anderen hinterherfallen das wäre quasi der unerwartete Prozess dass ein schwarzer Schwan also ein unerwartetes Ereignis plötzlich irgendeine Stein zu Fall bringt und dann alles mit sich reißt könntest du dir auch ein geplantes System vorstellen wenn die sagen das lässt sich auf Dauer nicht aufrechterhalten und wir machen konkrete Schritte um das Finanzsystem zu stabilisieren oder in unserem Sinne aufrecht zu erhalten Ja das wird auf jeden Fall versucht werden aber es gibt ja auch noch andere Entwicklungen die nicht so einfach berechenbar sind also ich meine einer der wichtigsten Wirtschaftszweige ist ja die Rüstungsindustrie und in die Rüstung wird sehr viel investiert im Moment und es gibt die großen Spannungen zwischen den beiden Blöcken also zwischen den USA und China und Russland und es gibt Kriegsvorbereitungen im Moment die laufen und man weiß jetzt nicht genau was daraus wird aber ich denke zum Beispiel der Nahe Osten ist ein absolutes Pulverfass im Moment und ich glaube dass sich da Dinge entwickeln die wirklich jederzeit auch in den Dritten Weltkrieg führen könnten also es gibt so viele Unwägbarkeiten auf der Welt nicht nur innerhalb des Finanzsystems sondern also als Folgeerscheinungen des Finanzsystems weil die Rüstungsindustrie drängt natürlich darauf dass ihre Produkte nicht nur nicht nur gekauft werden sondern dass die auch irgendwann vernichtet werden damit schön nachgekauft wird das ist natürlich ganz wichtig für die und deswegen haben wir diese ganzen Konflikte da auf der Welt ich meine der Nahe Osten ist für die amerikanische Rüstungsindustrie ein absolutes Eldorado die Saudis die haben in letzter Zeit wieder Waffenkäufe von ungeheurem Ausmaße da getätigt und die zu 70% in den USA getätigt und das sind natürlich alles Pulverfässer und man kann ja auch nie genau sagen wie die einzelnen Regierungen in diesen Regionen dann auf bestimmte Vorfälle dann reagieren werden und das Kräfteverhältnis im Nahen Osten verschiebt sich ja im Moment man sieht zum Beispiel ein ganz interessanter Aspekt im Moment der Wechselwirkung zwischen Politik und Finanzindustrie ist der Absturz der türkischen Lira und die großen Schwierigkeiten in denen die Türkei steckt weil die Türkei hat sich angenähert Katar und dem Iran und das gefällt den Amerikanern natürlich nicht und deswegen setzen die Amerikaner die türkische Regierung im Moment ganz schwer unter Druck indem sie wirklich mit ihren Hedgefonds versuchen die türkische Wirtschaft platt zu machen also das sind das sind alles so Sachen die das sind so viele Krisen die da sich entwickeln können und so viele Lunden die gelegt werden man weiß nicht welches Fass zuerst hoch geht und deswegen denke ich also auch wenn versucht wird irgendwie so einen geplanten Crash herbeizuführen aus dem natürlich die großen dann als die großen Sieger hervorgehen ich weiß nicht ob das funktionieren wird man muss aber immer wieder zurückgehen auf das letzte Jahrhundert es hat zwei Weltkriege gegeben und aus beiden Weltkriegen ist die Finanzindustrie als der absolute Sieger hervorgegangen hat natürlich ein ungeheures menschliches Leid mit sich gebracht und das ist eine Gefahr vor der wir jetzt auch widerstehen lieber Ernst du hast ja so eine Serie bei YouTube über KenFM ja The Wolf of Wall Street oder ja genau ich schaue die mir sehr gern an weil du immer in kurzen Sequenzen wenige Minuten ein Thema sauber erklärst recherchierst ja und dann endest du immer mit dem gleichen Satz es wird Zeit für ein demokratisches Geldsystem ja wie könnte so ein demokratisches Geldsystem aussehen hast du da Vorstellungen hast du Go's oder No Go's also es ist es ist nicht so dass es jetzt ein ein fertiges Konzept für ein demokratisches Geldsystem gibt oder geben kann aber es ist einfach so dass das System unter dem wir leben so haarsträubend undemokratisch ist dass man es auf jeden Fall durch ein anderes irgendwann ersetzen muss das große Problem ist eben um ein Geldsystem durch ein anderes zu ersetzen muss man die Mehrheit der Menschen erstmal davon überzeugen dass das gegenwärtige System ihnen schadet und leider ist es so dass im Moment nicht einmal ein kleiner Bruchteil der Leute eine Ahnung davon hat welchen Einfluss das Geldsystem auf ihr eigenes Leben hat also die Leute glauben sie werden arbeitslos sie leben nur von Hartz IV weil die Politik irgendetwas falsch macht nein sie leben deswegen von Hartz IV sie werden deswegen arbeitslos weil bestimmte Vorgänge im Finanzsystem dazu führen dass diese Dinge in Gang gesetzt werden und deswegen sehe ich meine Aufgabe darin die Leute über dieses Finanzsystem aufzuklären ich kann aber sagen was ein demokratisches Finanzsystem auf jeden Fall auszeichnen würde ist dass man in den Kern des Systems hineingeht nämlich in die Geldschöpfung man muss bei der Geldschöpfung ansetzen es geht nicht an dass private Banken Geld zusammen mit den Zentralbanken im Wechsel mit den Zentralbanken schöpfen können und einzelne private Menschen dadurch immer weiter bereichern können diese Geldschöpfung selber müsste unbedingt besteuert werden also für mich der Kern eines demokratischen Geldsystems sähe so aus dass die Geldschöpfung selbst besteuert wird und dass diese gesamten Steuern alle in den sozialen Bereich zum Beispiel gehen dass mit diesen Steuern dann Krankenhäuser gebaut würden Kindergärten gebaut würden Altenheime gebaut würden Sozialleistungen bezahlt würden dass das nicht in private Hände geht es geht einfach nicht an dass einzelne Leute Milliarden und Abermilliarden scheffeln mit denen sie sowieso nichts anfangen können und das in irgendwelchen Steueroasen verstecken während andere Menschen auf der Welt ohne Schulausbildung leben müssen um ihr tägliches Brot kämpfen müssen das ist einfach eine schreiende Ungerechtigkeit gegen die man vorgehen muss Also demokratisches Geldsystem da gebe ich dir recht sonst ist es ja nicht demokratisch muss ein Geldsystem sein das bei der Mehrheit der Menschen Zustimmung findet Natürlich ist da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten dass die Menschen überhaupt erkennen inwieweit dieses Geldsystem sie quasi klein macht und ihrer Macht entzieht oder ihren Sicherheiten entzieht Jetzt sagst du die Geldschöpfung müsste besteuert werden und gleichzeitig sagst du es darf nicht von privaten Banken emittiert werden dieses neue Geld Also das heißt auf gut Deutsch das müsste ja von öffentlichen Banken hergestellt werden dieses Geld aber öffentliche meiner Meinung nach müssten ja nicht unbedingt besteuert werden Vorausgesetzt wir haben tatsächlich eine Führung eine politische Führung aber auch eine Führung in diesem Banksystem das dem Gemeinwohl verpflichtet ist und nicht dem Eigennutz Haben wir nicht Haben wir nicht Also man kann nicht innerhalb des gegenwärtigen Systems ein demokratisches System aufbauen man kann nicht sagen die ganzen politischen Strukturen bleiben so wie sie sind und gleichzeitig bauen wir ein demokratisches Geldsystem auf das ist unmöglich Ja richtig aber dann geht es ja noch weiter Du hast beschrieben zum Beispiel welche Anlageklassen durch die Banken Zentralbanken gerade gekauft werden Staatsanleihen Aktien Meiner Information nach gehört zum Beispiel der japanischen Notenbank ein Drittel sämtlicher japanischer Aktien Noch mehr Noch mehr Das heißt also mit meinen Worten ausgedrückt die können auf den Knopf drucken und unbegrenzt Geld drucken Ja und kaufen den Japanern sozusagen ihre Industrie und ihr Land unterm Arsch weg Ja So Angenommen jetzt käme der Zusammenbruch Geldsystem kaputt hin und her Aber diese Eigentumsrechte würden doch im ersten Schritt erstmal bestehen bleiben Ja Das ist so ähnlich wie wenn ich Monopoly spiele und irgendeiner droht pleite zu gehen und wir nehmen die grünen Scheine runter und teilen rote Scheine wieder aus und sagen wir spielen weiter aber mir gehört trotzdem die Schlossallee mit Hotel und alles mögliche Also dann müsste ja ein demokratisches Geldsystem auch quasi noch einen Schritt weiter gehen und auch diese Eigentumsfrage in anderen Anlageklassen stellen Auf jeden Fall Das ist richtig Ja Okay Also man kann wie gesagt man kann nicht innerhalb der gegenwärtigen politischen Strukturen ein demokratisches Geldsystem einführen es muss um zu einem demokratischen Geldsystem zu kommen müssen auch gesellschaftliche und politische Veränderungen und zwar ganz gravierende Veränderungen vorgenommen werden und dazu kann man zum Beispiel nicht aufbauen auf das Parteiensystem was wir jetzt haben weil diese ganzen Leute die uns jetzt im Moment regieren sind nichts anderes als der aktive der Exekutivarm der Finanzindustrie und gar nichts anderes das sind Leute die uns permanent davon ablenken dass wir in Wirklichkeit von der Finanzindustrie regiert werden Aber dieses Geldschöpfungsproblem oder Phänomen sage ich mal dass das der Staat aus der Hand gegeben hat und dass der Staat sich selber quasi privaten Organisationen unterordnet sich abhängig macht Das ist ja im Kern völlig undemokratisch das sind wir uns ja klar Jetzt drohe ich gerade meinen Faden zu verlieren Die Frage ist ja um ein neues System zu schaffen ist ja so viel Aufklärungsarbeit notwendig Ich sage jetzt mal ein VWLer ein BWLer ein Banker ein Politiker viele Journalisten kennen ja gar kein anderes Bisher war es doch immer so das ging bis zu einem gewissen Punkt dann ist es in sich zusammengebrochen wie sagt der Dr. Bocker immer Fiat Money nähert sich sukzessive unaufhaltsam seinem inneren Wert an nämlich Null und dann drücken die auf den großen roten Knopf das ist der Reset Button alles ist auf Null und jetzt wird neues Geld aber in der gleichen Systematik ausgegeben mit der gleichen Denke in der Bildung in der Politik in den sogenannten Eliten und so weiter das müsste ja ein richtiger Paradigmenwechsel in der gesamten Gesellschaft stattfinden Wir sind wirklich in einer historischen Phase wo man ganz in ganz großen Prozessen denken müssen wir sind an einem Geldsystem befinden wir uns was seinem Ende entgegen geht und es wird riesige Turbulenzen geben ganz unabhängig davon ob wir beide das wollen oder ob wir das nicht wollen es wird riesige politische Umwälzungen geben es wird soziale Umwälzungen geben und die Frage ist nur in welche Richtung die gehen das ist das alles Entscheidende wird es anschließend besser werden oder wird es zu einer noch schlimmeren Form von Geldsystem kommen als jetzt also ich sehe die schlimmste Bedrohung ist so eine Art Finanzfaschismus dass alles dem Geld direkt untergeordnet wird und ich muss sagen also da auf diesem Wege zum Beispiel es gibt ja viele Leute die China immer in Schutz nehmen im Moment also ich halte das Beispiel China für eines der abschreckendsten im Moment weil da diese ganze soziale Kontrolle die über die Regierung erfolgt gleichzeitig auch im Interesse der neuen Oligarchen in China funktioniert also da bahnt sich gerade eine Art von Kapitalismus den Weg den ich also nur noch als Finanzfaschismus bezeichnen kann und das wäre für mich die Albtraumvision für die gesamte westliche Welt das wäre ein System was noch schlimmer ist als das was wir bisher erlebt haben einfach weil wir alle von diesem Geld dem sogenannten gesetzlichen Zahlungsmittel abhängig sind ganz genau und weil sich das Geldsystem so von alleine so entwickelt hat und so undurchschaubar geworden ist und die meisten Menschen das überhaupt nicht mehr verstehen und deswegen ist die größte und wichtigste Aufgabe für die Zukunft den Leute heranzuführen dass sie die Grundlagen des Geldsystems zumindest in Ansätzen zu begreifen beginnen das ist das wichtigste finde ich ja ich finde das schon ganz schön schlimm also ich heiße mit Nachnamen Quint das heißt auf Lateinisch 5 genau und jetzt wo wir an dem Punkt sind wir haben ja so eine Gewaltenteilung in unserer westlichen Demokratie da haben wir die Legislative die Gesetzgebenden die Judikative im Prinzip die Rechtsprechende dann die Exekutive die Ausführende meiner Meinung nach müssten noch zwei weitere Säulen dazu nämlich einmal die finanzielle Säule dass auch der Finanzsektor ganz klar sich quasi dem Willen und den Bedürfnissen des Volkes unterordnet und für den Umbruch der jetzt notwendig ist quasi für diese andere Sichtweise auf Dinge damit man den Leuten nicht nur Angst macht sondern auch sagt Freunde es könnte ein besseres Geldsystem geben ob das jetzt nach gesell fließendes Geld ist ob es jetzt tatsächlich goldgedecktes Geld ist oder wie auch immer für diesen Bildungsprozess muss ja auch die Hoheit über die Medien die im Prinzip uns mit Halbwahrheit mit Weglastung mit Verdrehungen quasi lenken oder man könnte auch sagen manipulieren oder vergiften die muss durchbrochen werden das ist ja das was wir heute versuchen aber es ist natürlich vom Umfang der Medien die auf uns einströmen schwierig natürlich dort auch auf Gehör zu finden bekommst du Unterstützung in irgendeiner Form gibt es Verbände gibt es Öffentliche gibt es Vereine gibt es Gewerkschaften die die erkennbar auf dem Weg sind sich und ihre Mitglieder zu bilden oder ist dort tote Hose da ist eher tote Hose also es gibt einzelne Leute es gibt auch einzelne Gewerkschafter die zu mir gehen es gibt Leute aus den Universitäten einzelne Leute aber es gibt keine Universität keine Gewerkschaft keine politische Organisation es gibt Leute zum Beispiel auch innerhalb von Organisationen wie Attac die mich dann auch zu Vorträgen dann dran ranholen aber es gibt keine Organisation die sich selbst irgendwie mal dahinter stellt und sagt also wir sind wir sind auf dieser Seite oder wir unterstützen diese Sichtweise das gibt es einfach nicht da sind wir eigentlich gedanklich schon ganz schön vergiftet das ist einfach so und das Problem ist dass es so mehr oder weniger ins Unterbewusstsein der Leute gegangen ist dass die Leute das eigentlich alles glauben was ihnen so serviert wird und große Schwierigkeiten haben sich von den überkommenden Vorstellungen zu lösen gehen wir mal kurz auf das Thema Bargeldabschaffung ja das ist ja in Schweden beispielsweise schon sehr weit fortgeschritten ja und es gibt ja auch die Tendenzen auch mit diesen ganzen neuen Fintanks die Zahlungssysteme anbieten um uns immer mehr von dem gesetzlichen Zahlungsmittel quasi abzuschneiden ja würdest du bitte mal deine Meinung dazu sagen und nochmal für unsere Zuhörer das Thema gesetzliches Zahlungsmittel definieren ja wichtig ist zu verstehen was der Unterschied zum Beispiel zwischen Bargeld und Buchgeld ist also Bargeld das sind Münzen und Scheine und Buchgeld das sind die ganzen Buchungssätze bei Banken und Sparkassen also wenn ich jetzt Geld überweise dann funktioniert das über Buchgeld aber wenn ich jetzt zum Kiosk an der Ecke gehe und eine Flasche Bier kaufe und dem Verkäufer einen Euro in die Hand drücke dann ist das eine Zahlung mit Bargeld was ist der Unterschied zwischen beiden wenn ich mit Bargeld bezahle dann gibt es nur zwei Leuten die über diesen Zahlungsprozess Bescheid wissen das bin ich als Käufer und das ist der Verkäufer also das mit Bargeld zahlen spielt sich zwischen Verkäufer und Käufer ab nicht Bar zu bezahlen per Buchgeld zu bezahlen bedeutet immer dass ein Dritter mit eingeschaltet wird das heißt dass man die Bank oder die Sparkasse oder den Zahlungsdienstleister heute Apple Pay oder Paypal oder sowas übers Handy oder so dass immer ein Dritter mit an diesem Zahlungsvorgang beteiligt ist und das bedeutet natürlich dass dieser Dritte mit diesen Daten auch spielen kann oder diese Daten auch verwerten kann also der Dritte weiß immer darüber Bescheid und da kann sich dann natürlich auch der Staat einmischen und sich diese ganzen Informationen holen das heißt wenn ich über Buch mit Gut Buchgeld bezahle bin ich ein überwachter Mensch und dieser Überwachung kann ich mich nur über das Bargeld entziehen und dann ist es so dass die sowohl die Regierung als auch die Finanzindustrie natürlich nicht daran interessiert sind dass irgendetwas noch anonym passiert sondern die Industrie möchte gerne mitverdienen indem sie Daten sammelt oder indem sie am Zahlungsvorgang verdient und die Regierung möchte einfach Daten über die ganzen Zahlungsvorgänge in ihrem Amtsbereich da haben und deswegen wird das Bargeld immer weiter zurückgedrängt es gibt aber noch einen anderen Grund warum das Bargeld weiter zurückgedrängt wird und das sind die sinkenden Zinsen es sind ja in einigen Ländern schon Negativzinsen eingeführt worden und was bedeutet das wenn ich Negativzinsen zahlen muss dann heißt das dass ich auf meinem Sparkonto am Ende des Jahres weniger als am Anfang des Jahres habe wozu führt das das führt dazu dass ich mein Geld mein Bargeld abhebe und es zu Hause horte damit mir nicht etwas weggenommen wird und auch das soll verhindert werden weil man kann davon ausgehen dass in der nächsten großen Krise auf jeden Fall damit gearbeitet wird dass die Zinsen nochmal weiter in den Negativbereich abgesenkt werden und um dann eine große Flucht ins Bargeld zu verhindern wird versucht dieses Bargeld immer weiter einzuschränken vielleicht noch ergänzend von mir alles richtig was du sagst nur Münzen und Scheine sind gesetzliches Zahlungsmittel das ist klar ja und laut Gesetz ist das das einzige Geld mit dem ich mich wirksam entschulden kann das heißt ich habe erst bezahlt wirksam bezahlt laut unseren gültigen Gesetzen wenn ich tatsächlich mit Münzen und Scheinen bezahle also wenn ich jetzt zum Beispiel was überweise ist das kein gesetzliches Zahlungsmittel und es steht in Frage ob ich mich damit wirksam entschuldet habe ist schon interessant selbst meine Steuern darf ich nicht mit gesetzlichen Zahlungsmitteln bezahlen sehr lustig vielleicht noch ganz kurz da gibt es ja dieses Münzregal also sozusagen dass die Staaten selbst zumindest ihre Münzen drucken können jetzt gab es ja diese Idee man könnte so ein paar Feinstaumverursachende VW Golf Diesel pressen einschmelzende große Münze prägen mit was weiß ich zwei Milliarden Euro und damit bei der Zentralbank quasi seine Schulden bezahlen und sagen so wir haben keine Schulden mehr bei euch was hältst du von diesem Denkmodell das ist eine Gedankenspielerei die eigentlich nicht in der Wirklichkeit irgendwie umsetzbar ist ich weiß dass es nicht umgesetzt wird aber die rechtliche Möglichkeit bestünde die wäre da das zeigt ja eigentlich nur dass unser Staat uns gar nicht entschulden will weil er könnte ja genau aber es gibt ja auch ganz große Organisationen die an der Abschaffung des Bargelds arbeiten also es gibt die Better Than Cash Alliance bei der Bill Gates eine ganz große Rolle spielt und was ganz interessant ist ist dass das Bargeld in vielen afrikanischen Staaten inzwischen fast auch abgeschafft ist man redet immer von Schweden aber es gibt ganze afrikanische viele afrikanische Länder in denen das Bargeld inzwischen ganz weit zurückgedrückt wurde es gab ja auch diesen Versuch in Indien das Bargeld zurückzudrängen und da muss man auch mal sagen dass die sozialen Konsequenzen von dieser Bargeld zurückdrängung in Indien besonders absolut verheerend gewesen sind in Indien ist ich glaube die 50 Rupien Note abgeschafft worden und die Leute durften die in die Bank bringen und durften die gegen eine neue Note eintauschen aber sie mussten dabei ihren Personalausweis vorliegen nur das Problem ist dass ich weiß nicht über eine Milliarde Inder gar keinen Personalausweis haben die sind auf diese Art und Weise enteignet worden so haben die großen Banken also große Teile der Bevölkerung einfach enteignet also das wenn man von Bargeld Abschaffung spricht dann spricht man auch von Enteignung also auch bei uns es gibt ja diesen neuen IWF Vorschlag dass man Geld in elektronisches Geld und Bargeld aufteilen soll dass das Bargeld dann einige Prozent weniger wert ist als elektronisches Geld das heißt wenn ich dann im Laden etwas für 10 Euro kaufe und zahle mit der Karte dann kostet es mich 10 Euro wenn ich über Bar bezahle dann kostet es mich 11 Euro oder 10,50 Euro auf diese Art und Weise das ist natürlich ein ganz besonders perfider Vorschlag weil auf diese Art und Weise könnte das Bargeld tatsächlich sofort ganz schnell abgewertet werden ja aber es ist doch lächerlich ist nicht die Aufgabe der Zentralbank für Geldwertstabilität zu sorgen ich meine wir müssen gar nicht darüber reden dass die veröffentlichen Inflationsraten ja auch anders betrachtet werden können indem man im Prinzip vielleicht mal bei Shadowstats guckt wie wäre denn die Inflation mit dem 1990er oder 1980er Warenkorb da erschrickt man 1990 hätten wir eine Inflationsrate von über 5% 1980er Warenkorb würde heute eine Inflationsrate von annähernd 8% ergeben und das in der Zeit wo ich meine 3,50 Euro auf der Sparkasse für 0,01% Verzinskriege ist ja schon ein krasser Verlust aber wie verträgt sich jetzt dieses Thema Negativzins mit dem Thema Geldwertstabilität also es geht nicht in meinen Kopf dass die Leute es einfach so hinnehmen ja ja das ist ein großes Problem aber das zeigt eben dass die Zentralbanken nicht die Interessen der Leute vertreten sondern die vertreten die Interessen der großen Banken und vor allen Dingen der großen Investoren auch also wenn man sieht dass die Inflationsrate in Wirklichkeit viel höher ist als sie uns angegeben wird dann hat das ja seinen Hintergrund warum wird diese Inflation vorangetrieben wem nützt diese Inflation doch denen die am meisten verschuldet sind und wer ist am höchsten verschuldet das sind die ganz großen Investoren die leihen sich ja immer das Geld und die freuen sich natürlich über eine höhere Inflation als die die uns angegeben wird weil wenn die Inflation hoch ist und der Schuldenstand der bleibt immer dann verändert sich das Verhältnis zugunsten dieses Schuldenstandes der Schuldenstand schmilzt praktisch mit der Inflation dann langsam dahin also wer viel Schulden hat ist immer an einer hohen Inflation interessiert ja ist klar wobei so klar ist das ist ja auch nicht viele Leute sagen ja die Inflation wäre eine Preissteigerung Inflation heißt ja erstmal Ausweitung der Geldmenge und dadurch dass diese Geldmenge dann quasi auf wenig Waren trifft so ändert sich natürlich schon der Preis aber jetzt kann man ja nicht sagen dass eine Unze Gold zum Beispiel heute mehr wert ist wie 1971 eine Unze Gold ist eine Unze Gold und wenn ich die 1000 Jahre im Meer versenke und wieder hochziehe wenn man die andere Sichtweise erkennt so nach dem Motto 1971 waren 35 Dollar eben diese Unze Gold und heute sind es 1300 dann hat doch der Dollar was weiß ich 96% seiner Kaufkraft verloren ganz genau so ist es ja so rum ist es ja und jetzt soll der nicht nur 96% seiner Kaufkraft verlieren sondern auch noch beschleunigt mit dem Negativzins also das ist ja utopisch ja ja also das System ist am Ende was sagt Henry Ford naja wenn die Leute das Geldsystem verstehen würden hätten wir eine Revolution vor morgen früh ja genau also schickt dieses Video ordentlich weiter so wir sehen uns morgen auf der Straße also Spaß beiseite aber erkennen muss man es ja erst mal Bildung Bildung und Medien ja Medien hatten wir schon ein bisschen beackert ja was sagst du zu unserer Bildung die Bildung erfolgt auch im Interesse dieses vorhandenen Systems also sie ist durchtränkt von der Ideologie die dieses System mit sich ja gebracht hat also in der Bildung wird den Leuten das Finanzsystem immer falsch dargestellt oder die entscheidenden Teile des Finanzsystems werden den Leuten einfach vorenthalten ich habe ja viel auch mit Leuten aus der Volkswirtschaftslehre zu tun oder Betriebswirtschaftlern junge Leute die zu mir kommen und die dann sagen ja was du mir da über das Finanzsystem erzählt hast davon habe ich im Studium in acht Semestern oder in vier Jahren habe ich nicht ein Wort gehört also denen werden wirklich wichtige Sachverhalte von heute einfach vorenthalten und das wird gemacht nur um sie stillzuhalten damit sie nicht gegen dieses System opponieren sondern zu kleinen funktionierenden Rädchen innerhalb dieses Getriebes werden und die kriegen dann irgendwann einen Burnout weil sie es nicht verstehen weil sie denken sie müssten dem Rad immer schneller laufen und trotzdem Zukunftsängste und so weiter ganz genau gut jetzt wollen wir aber nicht nur Angst verbreiten sondern der Andreas Bob sagt ja auch er sieht dem Zusammenbruch gelassen entgegen man muss nur gucken dass man sich selber quasi über diese Veränderungen hinweg rettet und erhofft das dann die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu einem richtigen System gut ich bin da nicht ganz so gelassen muss ich sagen ich sehe da schon wirklich große Gefahren und man sieht ja auch dass die sozialen Verhältnisse immer schlimmer werden also diese soziale für mich ist das größte Problem in der Welt die soziale Ungleichheit also die Konzentration von irrsinnigen Vermögen in ganz wenigen Händen und die Verarmung großer Teile der Menschheit also wir hier in Deutschland erleben das ja auf einem relativ hohen Niveau noch also ein Hartz-IV-Empfänger hier kann ja immerhin noch sein Leben bestreiten aber es gibt Massen von Menschen in Afrika die völlig verelenden es gibt Menschen in Asien die die total verelenden und das ist ein ganz schlimmer Prozess und dann gibt es die ganzen Kriegsvorbereitungen zur Zeit also ich bin mir nicht sicher dass es nicht weitere Konflikte geben wird es gibt ja auch laufende Kriege im Moment ich meine was im Nahen Osten passiert ist ganz schrecklich was den Palästinensern im Gazastreifen angetan wird das ist ein furchtbares unglaubliches Verbrechen also es gibt sehr viele Dinge auf der Welt die nicht gut sind und wenn jetzt auch noch dazu kommt dass das Finanzsystem zusammenbricht es ist wirklich eine sehr gefährliche Entwicklung und ich habe halt nur einfach die Bedenken dass wenn es zu einem Umbruch kommt gesteuert oder ungesteuert dass dann die Menschen intelligent sind so intelligent sind in dem Moment Menschen an die richtigen Stellen zu wählen oder zu setzen die das System erkennen und ein alternativ besseres implementieren können es ist alles möglich also es ist nicht ausgeschlossen es ist nicht ausgeschlossen ok wie legst denn du jetzt Geld an wenn du was übrig hast ich lege kein Geld an weil so viel habe ich nicht übrig vom Bücherschreiben und vom Vorträgehalten da bleibt nicht so viel übrig und wenn ich was übrig habe dann gebe ich das für meine Enkel auch ok aber wenn ich jemandem einen Rat geben sollte wenn ich Rat geben sollte also natürlich sind Sachwerte sind auf jeden Fall besser als sich auf Geld zu verlassen auf jeden Fall in Vorbereitung auf die nächste Krise sollte man auch ein gewisses Maß an Bargeld zu Hause vorhalten weil man weiß ja was in Griechenland und in Zypern passiert ist da sind die Automaten gleich geschlossen worden oder man hat nur noch 20 Euro am Tag abheben können also eine gewisse Sicherheit gibt es schon wenn man ein gewisses Maß an Bargeld zu Hause vorhält schwieriger wird es vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen also für die sehe ich eine ganz große Gefahr kommen weil wie die an Geld kommen sollen das wird dann wirklich haarig werden also weil die Krise wird immer von den Großen ausgenutzt und es sind immer der Mittelstand und die Kleinen die darunter leiden also in Griechenland und in Zypern ist es ja so dass jetzt die Großen die ganzen mittelständischen Unternehmen da auch aufgekauft haben also für die ist es ganz schwierig dann natürlich Sachwerte sind auf jeden Fall wichtig aber das Allerwichtigste denke ich ist für Leute die zum Beispiel Kinder haben dass sie in die Ausbildung ihrer Kinder investieren oder in die Ausbildung der Enkel investieren ich denke dass das größte Pfand in der nächsten Krise wird sein ein hohes Maß an Bildung und Ausbildung zu haben damit man in verschiedenen Jobs reagieren kann auf die auf die neu geschaffenen Verhältnisse dann gut letztlich wird es immer einen Markt geben ich muss was anbieten in diesem Markt was nachgefragt wird und sei es meine Arbeitskraft meine Fähigkeiten das ist wohl wahr ja 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 ok insofern denke ich sind wir fast durch ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch meine liebe Ernst vielen Dank wir würden uns freuen spätestens nach deinem nächsten Buch dich wiederzusehen oder auch zwischendurch zu aktuellen Ereignissen gerne ich bitte unsere Hörer und Zuschauer fleißig zu abonnieren die Glocke zu machen und Teilen zu drücken weil es ist in der Tat so die allermeisten Leute verstehen nicht was auf sie zukommt es gibt im Netz viele Informationen auch von dir liebe Ernst vielen Dank dafür und auf Wiederhören und auf Wiederhören